Hallo YouTube! Herzlich Willkommen zu einem Fahnen Minecraft Video mit... Mir. Es war ein bisschen zu viel, glaube ich. Es ist auch ein bisschen unangenehm, wie 2016 du gerade warst. Ja, schon, ne? Also das war... Hallo, Freunde! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft! Minecraft. Meine Kraft. Sag mal was. Servus. Servus. Grüß dich, Piety. Grüß dich, Piety. So, wir... Äh... So, ich zeige euch jetzt ein bisschen was. Es hat sich was... Nicht mal mitkommen. ...was getan. Wo befinden sich denn zu aktueller, Stunde? Letztes Mal haben wir ja den Ender-Drahten, äh, den Ender-Drahten fertig gemacht und jetzt, äh, hat er in der Zwischenzeit, glaube ich, Jan, du hast auch ein bisschen was gemacht, Martin hat einiges gemacht. Ja, gucken wir jetzt was an. Genau, wir wollen uns jetzt das von Martin angucken, du musst mal zu mir kommen. hast du eine mini map ja dann komm mal zu mir aber ich sehe dein eigenlich weil ich bin jetzt keine lust wo es weiter zu spielen wo bist du bei minus 3000 nein minus 1391 56 1645 bist gar nicht in der stadt ein bisschen außerhalb nicht allzu viel minus 1000 3 also einfach mein icon auf der map das ist nicht so schön mache ich gerade aber ich glaube ich war da noch nicht das wird mir nicht angezeigt du warst das safe es ist westlich westlich von dort gar nicht weit weg vielleicht bin ich noch zu weit weg deswegen sehe ich noch nichts auf der map wo bist du bist du im dorf oder ich fliege gerade im welt nach westen über den kleinen fluch über die klinik flüge aber kein traum in sicht na guck mal hier hat sich ja einiges auch bei deiner bucke dran hier da hinten ne hier weiß tatsächlich noch nichts haben ja guck mal kommen sie angeflogen einer schau wo bist du bist nur gekommen so wir gehen in das ende wo ich habe es hier mit dem waypoint endeportal martin gesagt steht jetzt ein bisschen außerhalb martin hat nämlich einiges gebaut was ich euch nicht vorenthalten möchte zwei farben an der zahl hier sind die erste nicht unterschätzen das ist mega hoch also man braucht da mindestens eine halbe minute bis man oben ist wenn es überhaupt reicht oder wenn ich schon hier bin moment noch und der zweck dieser farm ist essen essen und ne bullshit ist gold ingots 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 gold nuggits der zweck dieser farm ist mir meine dark store meine black stones zu geben ich habe absoluten bullshit erzählt nee das ist nicht der zweck dieser farm dieser zweck dieser farm ist eigentlich xp ich zeig das mal ganz kurz kurz ist gut zeigt auch mal bis ich die black stone hier umräume ja das dauert eben nicht oben bin also wir werden gleich sehen wir wenn ihr leute sind die höhen angst haben be aware tschau das ist ziemlich ziemlich hoch ja und sonst nein was du geringverdiener du kannst mir ja mal helfen eine elytra zu bekommen aber wie es angehört hat ist das ein etwas längerer weg von dem her eine wegkarotte für den weg durch mich hindurch gefahren sehr gut genau wir gehen quasi hier rauf ich habe schneebälle dabei ist auch sehr sehr wichtig weil mir ich bin ein bisschen zu weit oben ich habe angst dass ich runterfalle warte warte mal wo muss ich jetzt genau hin hier genau hier hin nee das ist falsch ich muss auch da hinten ist einer den du anhitten musst ah ist das der da hinten ja genau man geht quasi hier hin dann hat marin hier quasi so einen ender pikmen hingestellt das sind magma blöcke auf denen ender ja pikmen zombie pikmen ja meine ich ja genau und wenn man jetzt einen anhittet und wie gesagt auf den magma blöcken spawn welche sind eine haufenweise wie man sieht dann sind die anderen nämlich auch triggert wenn man trifft ja oh gott ist das laut so und jetzt kommen dann kommen die jetzt nämlich hier gehen diese wege entlang dann gehe ich hier hoch und dann fallen die nämlich hier rein und sterben oh gott ist das laut alter und so bekomme ich level ich sage ich level gerade ja ist ja stark mega ne so genau warte jetzt mal kurz das geht ja nicht unendlich normalerweise schon schon die spawnen jetzt mal du kannst jetzt den ganzen nachmittag herstellen hat man ja auch gemacht okay dann werde ich mich entfernen jetzt 25 level und jetzt wie viel hatte martin gestern 420 und ist dann einfach am freischaden gestorben genau hoffentlich passiert mir jetzt nicht dasselbe ich probiere es mal aus so ein bisschen schneller herunter huch link die carottos los carottos so das war farm nummer eins von nonne farm äh ja der andere fackelweg quasi äh für alle die sich wundern wir sind ja quasi über über dem äh nether quasi aber die ist schon älter ne die ist schon älter aber ich habe sie noch nicht gezeigt deswegen ja er fliegt natürlich wieder das kommt bei mir ein bisschen länger ja und das ist eine äh essensform ja und leder und leder er tötet hier quasi was sind das witches diese diese schweine dinger ja stimmt diese diese wildschwein dinger krasser typ auf jeden fall also ja ich habe jetzt auch also ich bin ich bin early das ist auch der grund warum jetzt so lange kein streamer kam beziehungsweise youtube menschen werden es nicht merken aber aber ähm hat schon länger neben mir gestreamt einfach weil ich nicht weiß was ich tun soll sonst hab ich einfach gesagt jo ich unterstütze jetzt entweder jan oder madin bei ihren vorhaben weil ich nicht wirklich bock habe noch das baumhaus weiter zu bauen und äh ich lieber unter in unterstützender funktion dabei bin und wir dann ein bisschen quatschen nebenbei und das finde ich am angenehmsten gut okay dann lass mal zurück zum dorf hier ist was da hinten ist hat er hier markiert mit seinen dingern mit seinen blöcken ja ästhetisch wie es martin immer macht ja natürlich aber jetzt ist die was war das denn jetzt ist die frage der fragen was tun wir jetzt also ja moment jetzt gehen wir erstmal zu dir ins haus okay ich glaube ich glaube ansonsten hat sich nicht allzu viel getan hier ja meine book hat es ja letztens schon gezeigt genau du hast es ein bisschen erweitert soweit ich gesehen habe ja ja aber viel habe ich jetzt nicht gemacht weil ich wollte jetzt noch warten bis martin seine farm hat weil dann brauche ich den ganzen blackstone nicht fahren ja den kriege ich ja dann einfach dann gucken wir mal ansonsten hatte ich jetzt vor mein dings zu machen mein meine burg zu machen da kannst du gerne mit helfen dann wollte ich äh ich wollte nichts äh daius wollte irgendwie so eine glaskuppel irgendwo hin bauen mhm und martin wollte noch irgendeine andere farm machen mhm gut aaah ja moin warte mal ja da ist das nicht sunshine genommen das bedeutet oh nein oh nein die kiste gehörte auch dazu du mongo ey hör mal was als ob ja ich würde am nachmittag mal äh mit meiner elita ins end gegangen und hab für alle noch danke dir holy shit ähm das ist auch erledigt ach du brauchst noch ne ja genau es gibt nicht viele aber wir können uns gleich neue holen das war kurz zu einer burg dann lege ich zachen ab und dann können wir tschuldigung oh nein alles gut äh die schulkerbox äh ist jetzt was macht das ich hab das ding glaube ich noch nie verwendet oh hui ja dann kann man zur burg dann können wir alles erklären so ähm ja ich kann jetzt fliegen das ist cool wo bist du zu meiner burg huak da ist er ja da muss ich nur klären da werde ich bestimmt ein zwei mal drauf gehen also folgendes ich habe meine schulkerbox hier wir haben die color coded nein das sind die lilanen du das blaue da ist als rote marina schwarze ach die zweite gehört auch noch mir alles klar ja genau äh siehst du ja habe ich immer nur eine ta kann ich platzieren kann ich aufmachen ist das ganze zeug drin das ich da reingelegt habe wie ein rucksack wollte ich gerade sagen okay ja sehr cool ähm dann ähm vielen dank auf jeden fall das ist nicht selbstverständlich und ziemlich ziemlich cool dass ihr das gemacht oder du das gemacht hast für uns äh und ich äh guck jetzt dass ich ein bisschen zeug einsortiere ja ich muss auch kurz sortieren und dann würde ich ja mal gucken ich stehe ich spiele halt echt mit dem moment äh mit dem moment äh mit den gedanken äh hatte ich richtig bock auf so ein wasser ornament hatte äh hab nicht hatte das kannst du super gerne machen aber wie gesagt ich werde mich da ein bisschen raushalten also das dekorieren am schluss mag ich gerne aber du kriegst mich mit kai also äh kriegst mich nicht mehr in die situation so ein ding austrocknen zu müssen das mach ich nie wieder das hat mir nämlich spaß gemacht äh kurzer kontext hier folgt eine einblendung die ich hundertprozentig vergessen werde äh von dem was ich vorhabe das war quasi auf dem alten server von ähm marin und jan damals haben die sowas gebaut und ich hab quasi beim also sie haben mitten im wasser das ding und das bedeutet auch dass das auch ausgetrocknet gehört und das heißt im umkehrschluss da muss gaaanz viel sand platziert werden damit das ding halt äh ja trocken gelegt wird und wie man sieht das ist ja auch ein ganz schöner oschi hat nicht bestimmt fünf sechs tage gekostet also jeden tag so mindestens vier stunden ähm die hälfte davon glaube ich habe ich ausgetrocknet das heißt man kann sich überlegen ne wie lange das dann dauert dass man das komplett trocken legt äh habe ich aber richtig bock darauf weil es einfach super super cool aussieht ich sagte wie es ist ich sage jetzt auch nur dass ich das nie wieder mache am schluss hilfe ich trotzdem mit ähm genau sag ich hier noch bücher eine sache möchte ich noch sehr gerne machen nämlich dass ich mir äh feather feather falling nennt sich das ganze so für die schuhe für meine schuhe nehmen mit der elitra genau das ist nämlich sehr wichtig ansonsten äh fall damage und tschüss genau joa das machen wir ey aber wenn du also was ist jetzt heute deine mission äh joa wenn du keine mission jetzt konkret für mich hast werde ich mich jetzt auf die suche nach einem guten spot für das monument begeben oder solltest du nicht buchen da hat martin gleich eine karte für das nächste ach moment habt ihr das nicht einfach so frei schnauze hingezimmert ne du musst ja erstmal so ein monument finden ach das ich dachte das monument habt ihr einfach gebaut ne ne das ist ne das können wir auch machen tom such dir einen spot hier nebenan und dann bauen wir da eins dann können wir nämlich selber eins bauen das ist richtig gut machen wir doch doch ja voll gut ne richtig gutes projekt genau dann würde ich mir jetzt einfach hier in der nähe das spot suchen und äh dann mal gucken ich hab jetzt hier noch warte mal die müssen kurz loswerden hier noch ein geschenk für dich ja dann hast du raketen gut dankeschön genau äh ich würde mal sagen ich mach das auch ja das ist halt hier blöd ich muss mal ein bisschen rumsuchen weil es sollte ne ne ja was heißt denn ne ich will es jetzt nicht direkt am strand bauen so es soll schon ein bisschen auf dem ofen im meer sein ja halt versteh was du meinst ja ähm aber ja dann mach ich mich mal auf die ne bullshit nicht dass ich das jetzt wieder vergesse ich geh jetzt erstmal und hol mir ein buch oh ist das angenehm mit der lydra ey holy shit mega ne vor allem du kannst jetzt auch mal ein bisschen über die stadt fliegen das sieht so geil aus was wir da gebaut haben äh auch was neues habe ich auch noch nicht gezeigt ähm Jan und Martin ne bullshit Darius und Martin nein Darius und Jan jetzt haben wir es äh hatten die Idee weil es ja bei Martin immer so schön aussah ähm das noch schöner zu machen und wie man hier am Eingang schon sehen kann sie haben ja alles ein bisschen neu verkleidet genau das gucken wir uns auch mal an